Und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Rotmeg und wir spielen heute eine Runde Heroes of the Storm und das Ganze mit Sarah Kerrigan. Viel Spaß dabei! Wart ab, bis sie es mit mir zu tun bekommt. So, die Helden sind gelandet und nun soll es losgehen. In Drachengärten. Ich gehe erstmal mit Kerrigan auf die Top-Line. Mal schauen, ob da noch was kommt. Das ist eine Schnellsuche. Wir können nicht alle auf die gleiche Lane. Nein, nein, nein. So, Rainer hat es begriffen. Danke dafür. Tracer ist weg. Diese verdammte Tracer. Da hat es sich nicht mehr ausgehalten. Wie die Spinne, die auf die Fliege wartet. Aber ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich musste da einfach rein grätschen. Und ich muss weg. Ich muss weg hier. Nein! Da nimmt mich Waller die Sauschel. Hahaha. Äh. Ich bin wieder ganz allein auf weiter Flur. Und die Leute sterben uns wieder weg hier. Das ist Wahnsinn. Und ich bin wieder ganz alleine auf Top-Lane. Wieso? Wieso tut man mir das an? Ne? Wieso tut man mir das an? Und der Malfurion ist auch tot. Meine Freunde! Was macht ihr denn? Hallo? Jetzt ist unten weg. Ah, ja, ja. Jetzt ist unten weg. Tracer! Guten Tag! Die Dame. Oh, aber die kriege ich noch. Jawohl! Tracer ist tot. Mein Gift hat gewirkt. So, was haben wir denn da? Ist es hier der Malfurion? Ist es etwa der Malfurion? Hier, kommt zurück. Jawohl. Komm. 2-1. Malfurion ist auch weg. Sehr gut. Gut. Sehr gut. Dann rein. Komm. Ja, Sargenthammer ist auch weg. Machen wir die da gleich mal. Wenn wir schon da sind. Da unten ist nämlich noch Raynor. Der des Todes sein mag. Oh, da kommen sie alle. Da kommen sie alle. Da muss ich jetzt weg. Ah, da hat es mich. So, aber die Leute sterben hier wirklich wie am Fließband. Das ist Wahnsinn. Also unsere Leute. Da müssen sich die Leute schon ein bisschen am Riemen reißen. Sonst kommt das hier, kann das ganz übel enden. Ganz übel. Ja, gar ganz übel kann das enden. Da habe ich keine Lust drauf. Ich will das gewinnen hier. Ich will euch hier zeigen, dass Kerrigan was kann. Wir schauen uns die Statistik mal an. Wir sind beim Heldenschaden relativ gut dabei. Ha, erster. Jetzt bloß nicht sterben hier, Freunde. Bloß nicht sterben. Ich bin on the way. Ich bin on the way. Jetzt sterbt bloß nicht. Nicht sterben, Freunde. Ich bin da. Ich bin da. Moment, es kommt alles gut. Oh, scheiße. Oh, scheiße. 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 So, jetzt bloß nicht durchdrehen, Freunde. Es lief so lange so gut. Jetzt bloß nicht durchdrehen. Was du heute kannst besorgen. Das verschiebe dringendst auf morgen. Denn dann hat man heute mehr Zeit für anderes. Wie zum Beispiel zocken. Ja, das ist meistens so, was ich heute kann besorgen. Das lassen wir erst mal. Weil es gibt Wichtigeres zu tun. So, wir haben den oberen Turm eingenommen. Ich gehe da ein bisschen als Unterstützung hin, ne? Ein bisschen Unterstützung darf da schon sein. Weil sonst ist ja keiner da. Die hat ja sonst niemanden. So, da ein bisschen nerven die Leute hier. Das ist schon okay. Und jetzt muss ich weg. Und ich muss da zum Team. Ich muss zum Team. Das Team braucht mich. Das Team braucht Sargent, äh, äh, Kerrigan. Sarah Kerrigan. Nicht Sargent irgendwas. Sargent Hammer ist tot. Tod ist er. Ran. Ah, ich brauche Heilung. Heilung. Ich habe die Heilung gekriegt. Sehr schön. Dann gehen wir hier rein. Dann gehen wir hier rein. Und machen die Leute einfach mal platt hier. So, der Sargent Hammer ist auch weg. Sehr gut. Jetzt geht's, jetzt kommt's in Ordnung. Jetzt kommt das so, wie ich mir das vorgestellt habe. 16, 14. Zwei Level Vorsprung. Jetzt könnten wir das Ding eigentlich wirklich nach Hause bringen. So, wie sieht's aus hier? Haben wir die Punkte oben? Wir haben sie. Ich nehme hier den Drachen ein. Und gehe dann gleich mithelfen da hier. Top mit Sargent Hammer. Habe ich mir gedacht. Das ist keine Überraschung. Damit hat jetzt keiner gerechnet. So, der erste Turm ist weg. Sehr gut. Die Festung muss weg. Unterstützung gibt's hier in diesem Sinne keine. Und ich gehe auch aufs Maul. Schade. Wir werden da unten für Ordnung sorgen. Und dann muss ich mal weg. Dann muss ich mal richtig schön weg. Funkelchen hat mich geheilt. Sehr schön. Danke dafür. So, Hammer. So, jetzt sind sie alle hier. Alle sind sie hier. Es gibt riesen Teamfights. Ja, Sargent Hammer weg. Komm, lass mich, lass mich gehen. Lass mich gehen. Lass mich gehen. Nein. Na, fahr weg, Sargent. Jawohl. Fahr um dein Leben. Und rauf. Und jetzt Angriff. Jetzt Angriff. Und das Zeug alles einnehmen hier. Komm. Na los. Na los, na los, Freunde. Das ist uns. Scheiße. Das darf nicht wahr sein. Jetzt gibt es aber richtig aufs Maul. Scheiße. Wir sind wieder back. Da aufpassen, dass wir nicht gleich wieder sterben. Ist jetzt wichtig, dass wir das überleben hier. Oder sie vielleicht eins oder zwei Leute bei ihnen töten könnten. Wäre natürlich schon nicht schlecht. So, jetzt töten wir hier. Wer ist denn hier gekommen? Tötet es. Jawohl. Das war Tracer, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Oh, aber jetzt sterben uns hier die Leute aber auch weg. Nein. Weg, weg, weg. Weg, weg. Oh, nee. Das war jetzt ein böser Panzer-Hinterhalt. Ei, ei, ei. Sehr schön. Raynor kommt von hinten. Das klingt auch falsch. Ist aber so. Und weg. Ich muss weg. Das bringt nichts. Weg hier. Darf mich selber noch in Gefahr bringen? Ei, ei, ei. So, das war's dann wahrscheinlich. Ich kann ihn nur noch versuchen, hier noch wirklich zu schützen. Aber so richtig was bringen tut das wahrscheinlich auch nicht mehr. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Wir haben nur noch zwei Leute, die leben. Der Rest ist jetzt über 40 Sekunden tot. Der Drache ist zwar auch weg, aber das wird trotzdem nicht mehr reichen, würde ich mal behaupten. Und ich stecke hier auch fest. Super. Super Sache. Super Sache. So, das wär's dann. Wenn die jetzt nicht alle drauf gehen. Wieso gehen die nicht alle drauf? Geht doch alle drauf. Wieso tut ihr da nichts? Endlich, endlich bringen sie es zu Ende. Ja, das war dann halt ein Spiel, das ein bisschen in die Hosen ging. Was soll's. Hat trotzdem Spaß gemacht mit Kerrigan. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Rotmack. Ciao. 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 Ciao.